Aufgabe dieses Versuches ist die Vermittlung der Bewegungsgleichung starrer rotierender Körper. Insbesondere die Präzision eines Kreises soll im Rahmen dieses Versuches gemessen werden. Der Aufbau besteht aus Kreisel, gelagertes Rad mit Ausgleichsgewicht, Zusatzgewichte, Antriebsschnur, eine Lichtschranke, drei Pendelgewichte, eine Stoppuhr. Der Kreisel, das Rad, wird eingespannt und mit Hilfe eines Pendelgewichts, das in ein Gewindeloch eingedreht wird, als physikalisches Pendel gestaltet. Die Schwingungsdauer wird über zehn Perioden dreimal mit einer Stoppuhr gemessen. Wiederholen Sie diese Messreihe an der diametral ginge überliegenden Stelle. Nach diesen Messungen Pendelgewicht entfernen. Notieren Sie die Masse des Pendelgewichts. Die Einspannung wird entfernt. Das Rad wird ohne zusätzliche Gewichte durch Verschieben des Ausgleichsgewichts auf horizontale Gleichgewichtslage justiert. Messen Sie den Abstand des Ausgleichsgewichts vom Unterstützungspunkt und notieren Sie seine Masse. Am äußeren Rand des Rades ist ein etwa ein bis zwei Zentimeter rausragender Klebestreifen für die Lichtschranke angebracht. Machen Sie sich mit den Einstellungen und der Wirkungsweise der Lichtschranke vertraut. Messen Sie den Abstand der Kerbe für das Zusatzgewicht von der Drehachse. Der Kreisel wird mit der Aufzugsschnur in schnelle Rotation versetzt. Mit der Lichtschranke messen Sie die Rotationsperiode TR und damit die Drehgeschwindigkeit Omega R des Rades. Hängen Sie ein Zusatzgewicht MZ 10 bis 60 Gramm an die freie Achse des Kreises auf der Seite des Ausgleichsgewichts und messen Sie dann die Präzisionsfrequenz Omega P durch Messen des halben Umlaufs mit der Stoppuhr 1,5 TP. Hängen Sie das Zusatzgewicht ab und messen Sie erneut die Rotationsperiode des Rades TR. Das Rad sollte langsamer geworden sein. Hängen Sie wieder das gleiche Gewicht an und messen Sie die Präzision. Wiederholen Sie dies viermal. Wird hier nicht mehr gezeigt. Es ist wichtig, dass das Rad ungestört weiterläuft und dass Sie diese Messung aufgrund der Reibung zügig durchführen. Wiederholen Sie den vorherigen Punkt für zwei weitere unterschiedliche Gewichte. Wird hier nicht mehr gezeigt. Der Kreisel wird erneut in schnelle Rotation versetzt. Mit der Lichtschranke messen Sie die Rotationsperiode TR, Drehgeschwindigkeit Omega R des Rades. Geben Sie der Achse einen kräftigen Stoß und messen Sie die Notationsperiode Tn mit der Stoppuhr. Danach messen Sie wieder die Rotationsperiode, gefolgt von einem erneuten Stoß zur Notation. Dies dreimal wiederholen wird hier nicht mehr gezeigt. Aus den verschiedenen Messungen werden die Trägheitsmomente des Kreises berechnet und mit den erwarteten Werten verglichen.